Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit den Bären. Auf jeden Fall spielen wir heute den Fernbus Simulator und den kennen wahrscheinlich viele, viele von euch. Weil Paluten, der spielt das häufig, also es ist fast so sein Spiel geworden, was er halt in Deutschland, was er halt immer spielt. Und auf jeden Fall spiele ich das heute auch und heute ist wieder jemand dabei. Hallo. Ja, Mann. Okay, und ja, ich würde sagen, also wir sind jetzt im Bus, wir fahren von, weiß ich was, von Linz nach irgendwas, ist mir auch egal. Du musst den Gang entlegen. Ja, ich mache schon. Och, der geht sich aber ziemlich schwer. So, wir sind im Bus, also ich spiele nicht mit Lenkrad, weil ich bin einfach das gewohnt, das ist die Tastatur. Schon erster Unfall und die Polizei ist vorbeigefahren. Die Polizei ist im Spiel sowieso so arsch. Digga. Das ist so behindert. Was macht denn Italiener vor? Was ist ein Italiener? Ja, das ist... Ein Franzose, Junge. Oder? Ja, aber ich kann es nicht riechen, weißt du? Ja, aber du kannst es lesen. Es hat wie ein I ausgesehen. Mhm. Ja. Passt ja. Scheiße, Digga. Du kannst so gut Bus fahren. Ja, kann ich schon, gut, ne? So, da vorne ist die Haltestelle. Die Haltestelle. So, einfach überholen, überholen, überholen. Scheiße. Nee, also... Also jedes meiner Videos mit dir ist sowas von chaotisch, oder? Ja, weißt du? Hey. So. Oh, Bruder. So. Sie müssen... Warst du um 10 Minuten zu früh? Nein. Doch, wenn es um 10 ankommt, dann ist es 10.50 Uhr. So. Äh, um 1.50 Uhr, ja? Dann die Leute checken. Einloggen. Bist du hier richtig? Ja, also wir fahren nach Innsbruck. Das ist der Express-Dingste-Bunsch. So. Nach Innsbruck möchte der Herr... Ach so, da möchte nach Innsbruck. Die beiden sind die Bläden. Wo ist Innsbruck? Wo ein I vorne steht, dann musst du es anfinden. Müsstest du. Oha, das ist aber viel. Hä? Rostwack. Bist du blind oder so? Hast du es schon gesehen? Ja. A, B, C, D, E, F, G, H... Ah. Hehehe. Ja, ja. Mann, jetzt kann ich das... Was ist mit dem schiefgelaufen? Boah, Junge. Kontrollieren, das ist so nervig, ich möchte keinen Buschfahrer fahren. Können... Können... Kontrollieren... Kontrollieren... So... Kontrollieren, das war uns einfach... Gritze. Gritze. Junge... Seit... Die... Die Gäste sind heute nervig. Können diese blöden... Nicht einfach... Nicht einfach... Ja... Etikett schon online kann. Ja, ja. Nicht bei der Busanstelle. Oh ja, wie fallen heute spontan nach... Keine Ahnung, nach Innsbruck, ne? Die können ja auch zu Fuß gehen. Haben sie noch den Bannsorgen gemacht. Sehr freundlich. Ciao. So. Ja, ist halt diese. Gritze. Danke schön. Hi. Ja. Hätte ich hier richtig weh. Potsdam Busbahnhof, ne? Oh man. Oi. Oi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Nein, wieso geht die? Egal. Ihr kleine Bokawutschi. Junge. Bruder. Neun. So. Ist die blöde? Ist die Bokawutschi oder was? So, pack beim Sehraus. In Spiegel nicht schauen auf jeden Fall. Bei mir kann man echt was lernen. WLAN. WLAN. So oft hat sie keine mobile Daten. WLAN. 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 Jäger, jetzt kann ich mich wieder neu spawnen. Also das Video wird heute mega, mega lang. Ich habe 340 Kilometer zu fahren. Ehm, Erik, wie schaltet man nochmal schnell dieses Gäste willkommen ein. Reis. Das ist der WLAN. Jetzt wird. A-kald. Alt Ströck. Alt. GER. Nicht. Alt Ströck. Alt Ströck. Sofa, hört man Bus. Sportstein zu hart getroffen. Ich kann schon wieder neu spawnen, Digga. Ja, Digga, wieso müssen die auch immer meckern? Hauptsache, sie kommen von A nach B. Ob sie jetzt tot sind danach oder nicht, ist mir eigentlich komplett egal. Ich bin eh versichert. Der Busfahrer Müller. Ne, ich bin eine Busfahrerin. Die Busfahrerin Müller. Was für eine Fahrerin Müller? Doch, ich bin eine Fahrerin. Ich habe vorher... Was lavert der? Was hat der jetzt einfach falsch gemacht? Ja, Mann. Leichter... Wo war da ein Unfall? Was für ein Blutunfall? Wer hat gesagt, dass er ein Unfall war? Ach so, ja. Hä? So, ich fahr da jetzt einfach raus. Mir egal. Klimaanlage zu kalt, Junge. Ja, mach 22 Grad. Scheiße! Notbremsung, Notbremsung. Boah! Digga! Sie fahren wie ein Idiot. Ja. Und sie schreien wie... So, jetzt kriegt sie 28 Grad. Dann wird... Dann wird sie gleich wieder schreien. Klimaanlage zu heiß! Brrrr! Ja, genau. Ich muss irgendwas schweres... Ja, nee, du kannst sicher, wie es hier aus Pech gab, muss ich selber empfehlen. Wo geht nochmal Automat... Also, am... Ding! Ich schau kurz in der Steuerung. Ah, geil! Musik! Ich liebe diese chaotischen Videos. Geil. Lions Coach. Ja, du musst doch irgendwie ein Tempomat aktivieren, oder? Ja, vielleicht mit Tee? ane. Tee, ja, Mann! Tempomat fängt dir mit Tee an. Heiss ich? Jaja. Tee. Du, auf 51. Du musst hoch. Aar I Bruder war's. Moschek. Ja, das Supermusik, man. 6.3 Euro. Sind die überhaupt in Österreich? Ja, okay, wahrscheinlich Linz. Schaut gar nicht mal nach Österreich. Gar nicht so, gell. Schminkt sich jemand auf der Toilette? Ja, sicher. Ja, ja, ey. Du musst auch bei 100 kmh. Musst du. Dann muss man das spielen. Ah, nein. Das ist fast zu knapp Hinz. Brandt. Okay, Thermomat. Der gerade darf jetzt eigentlich nicht mehr langsamer werden. Egal, ob es bergauf geht, da muss auch so viel Gas geben, dass... Das ist ja besser, man fahr... Hey, 990 auf der Erd von 101 kmh eingestellt. Was für leichter und fahr... Mein Name, der Freundin ist. Pech gehabt. So, jetzt kann ich das Auto, den Bus einfach mal fahren lassen. Scheiße, Rick. Scheiße, Rick. Spiel die weg, Chrissy. Ja, ist so. Schau mal. Ich bin... Ich schwöre ich, ich bin komplett weg. Ich... Ich hab... Ich hab meine Hände... Ich hab meine Hände... So. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Busch fahren gehen und müssen nach 50 Stunden ist halt wirklich so. Ich habe mein Krabi verschüttet. Ja, Pech gehabt. Jetzt kannst du die normal verschüttet. Wir haben aber kein Essen ausgegeben. Ach, dein Pomade ist nicht mehr drin. Wieso? Wartet, ich muss kurz was gucken. Kurz muss ich was gucken, machen. Kurz. So, passt. So. Mit 30 kmh auf der Autobahn. Gibt es nicht irgendeinen Fahrassistenten, der was selber fährt? Naja, ich kann da in das WC nicht. Digga, habe ich jetzt die Parkbremse reingetan. Ich kann da in das WC nicht rein. Ich hätte einen anderen Bus nehmen sollen. Ich einen anderen Bus. Ja, die sind kleinen. Ja, da kannst du aber nur Shuttle fahren. Ja, ey. Was denn? Ja, der fährt, ich glaube, 150, glaube ich. Leute, das mache ich jetzt. Ist mir egal, ich breche meine Buschfahrt ab. Bestes Video ever. Ja, je. Nee, chaotische Videos sind geil. Wie denn Freitag um 20 Uhr live Musik anscheinend gibt es dabei. Fernbus. Genau. Simulator. So, Spiel starten. Karriere. Shuttle. München, Salzburg. Nein, Neuruder. Das ist ein bisschen zu weit für einen Shuttle. Kann man von Graz? Wieso ist Graz immer gesperrt? Mach von... Warte, geh kurz nach... Geh kurz weiter rüber. Mach die drei... Mach die alle da. Nee, ich mache das jetzt gerade nicht. Ich mache jetzt einfach mal von Linz... Nein, mach Versuch nach St. Völk. Das kann man nicht hin. Wie kann das? Freischalten eigentlich? Das sind 100. Ich weiß es nicht. Linz, Salzburg. Weiter. Ja, realistisch. Typisch. Spiel starten. Spiel starten. Geil. Die lila Kuh ist eine Lüge. Alles, ja. Das passt jetzt perfekt zum Nehmen. Ja, eh, voll. Nee, Digga. Junge, Himmel. Der Himmel irritiert mich. Wenn da immer... Da steigen immer gleich viele Leute ein wie beim normalen Bus. Und dann ist da muss ich was so vollgerammelt mit Leuten. Corona-Bestand gibt's auch nicht. Ja. Wie alt ist das Spiel? Keine Ahnung. So. Ich hab gedacht, der ist wohl immer so viele Leute immer. Vorwärtsgang einragen. So, Vollgas und Bremse raus. Boah, wenn's getrieben ist. Dieses Ding ist nämlich doppelt so schnell fast. Aber tiefgelegt, tiefer gelegt. Und wenn's schon mal schrauben ist. Digga. Was war das? In dem lila... Die wollen mich alle verässen. Junge, was macht die da vorne? Nein. Das hat Linse. Typisch Linse. Die kann ich auch drauf haben. Ja, ist so. Ja, he he. Alles klar. Die Anzeige zeigt 0 Grad. Abhaltung 0,0. 0,0. Indem 65 km. In der Stadt. 70. Oh. Ich... Ich... So fährt ein Bus. Der kann zu gut nübten, ist das Auto. Das ist... Wahrscheinlich ist das ein Auto. Das ist ein Auto, das ist ein Sprinter, so ein Mercedes-Benz, Sprinter, wie ein Rettungswagen halt und dann kann man halt einen Bus umbauen. Aha. Ein kleiner Bus halt. So lange ist kein Rettungswagen. Das ist kein normaler Sprinter. Ja, man kann den auch länger kaufen. Ja, eben. Ja, eben. Ja, eben. Aber dann ist es ein anderer Sprinter. Wie fahrst du bitte? Ja, probier mal du. Ja, okay, dann. Nein, darfst du nicht. Ja, eben. Also, warum fragst du dann? Scheiße, Alter. Auto kommt. Kacke. Oh, weih. Ja, ich glaube, jetzt ist es auch drin. Ja, ich fahr noch zur Bushaltestelle und dann beend ich das Video, weil es einfach zu lang werden würde. Weil ich schneide mein Video sieht und... Wahrscheinlich nur Likes auf dem Video. Weil es so scheiße war. So, Leute, ich würde sagen, der Bär würde sagen, dass es das mit dem Video war und bis zum nächsten Mal. Ciao.